Also die Basis ist skeptisch und natürlich schauen auch die Jusos besonders hin. Bundesvorsitzender ist Kevin Kühnert und der ist jetzt bei Christiane Mayer in Berlin. Und wir sind gespannt, was er eigentlich zu dem aktuellen Stand der Sondierungsgespräche zu sagen hat. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Susanne. Ja, die Jusos waren ja an sich ganz klar, die haben gesagt, GroKo, nein, danke. Mal sehen, ob sich das geändert. Guten Morgen, Herr Kühnert. Einen schönen guten Morgen. Wir verfolgen jetzt die Sondierungen, jedenfalls ein ganz kleines bisschen, soweit wir es können. Und da sind auch ein paar Themen schon rausgekommen, zum Beispiel eben, dass die Klimaziele geschreddert worden sind. Ist das etwas, was Sie ermutigt? Ironisch gefragt. Ja, es ist natürlich als kleine Vorabbemerkung sehr schwierig, das im Moment zu bewerten. Weil eigentlich gibt es ein Schweigegelübde, was sich die Verhandlerinnen und Verhandler auferlegt haben. Eine Seite, nämlich die Union hält sich nicht da dran. Deswegen kommen jetzt einseitig Informationen an die Oberfläche. Und ich kann nicht in jedem Einzelfall bewerten, ob sie stimmen. Es gibt, wenn man ins politische Berlin reinhört, durchaus auch ein paar andere Aussagen zum Thema Klima. Aber ich glaube, das, was da rausgekommen ist, dass die Klimaziele 2020 über den Jordan sind, ist erst mal kein guter Auftakt gewesen für diese Gespräche. Das ist ein Zukunftsthema. Das haben Angela Merkel im Wahlkampf, Martin Schulz noch im Dezember auf dem SPD-Parteitag so benannt. Und ich hätte dem Thema gewünscht, dass es da eine größere Rolle spielt und nicht gleich am Anfang zu den Akten gelegt wird. Vielleicht kommt das ja noch. Das war ja anscheinend nur ein Zwischenergebnis, wie man hört. Aber auch das weiß man natürlich nicht ganz genau. Wie ist es denn mit der Zuwanderung? Anscheinend ist etwas doch im Gespräch, was sich ja die SPD sehr gewünscht hat, nämlich ein Zuwanderungsgesetz oder meinetwegen auch ein Einwanderungsgesetz, wie es die Union lieber nennen würde. Nee, andersrum ist es, glaube ich, sogar die wollen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Als würde der Name einen Unterschied machen. Ist das für Sie so wichtig, dass man dafür dann vielleicht was anderes preisgeben kann? Also ein Einwanderungsgesetz ist auf jeden Fall eine Initiative der SPD. Das hat die SPD-Bundestagsfraktion jetzt nach der Wahl auch schon ins Parlament eingebracht. Die Union kann sich da gerne auch auf den Vorschlag der SPD beziehen. Hier kommt es aber sehr auf die Details an, weil die Vorstellungen von SPD und Union zu diesem Thema in der Vergangenheit sehr auseinandergegangen sind. Für uns als Jusos ist ganz klar, ein Einwanderungsgesetz, was einzig und allein darauf beruht, dass hochqualifizierte Fachkräfte, die am besten einen schon unterschriebenen, hochdotierten Arbeitsvertrag mitbringen, bevor sie überhaupt ins Land einreisen, ein solches Einwanderungsgesetz, also so eine Art Greencard-Regelung oder ähnliches, bekämpft nicht wirklich das Problem. Wir sind doch im Moment in der Situation, dass wir beim Thema Zuwanderung auf der einen Seite rumknabbern, am Grundrecht auf Asyl und auf der anderen Seite hochqualifizierten Zuwanderung haben. Das Problem bewegt sich aber im Bereich dazwischen. Und schon sind wir beim Familiennachzug. Das ist ja ein wirkliches Problem zwischen Union und SPD. Darf man ihn weiter aussetzen oder nicht? Die Union würde das gerne, die SPD nicht. Glauben Sie, dass es da überhaupt eine Einigung geben kann? Das werden die Gespräche zeigen. Aber ich kann der SPD nur empfehlen und nehme das auch als Stimmung so wahr, dass wir nicht abrücken dürfen von unserer Position. Und zwar nicht, weil wir hier Maximalgrenzen aufziehen wollen, sondern weil es hier um Fragen der Integration geht. Alle betonen immer, die Integration muss im Vordergrund stehen. Man darf die Menschen und die Kommunen nicht alleine lassen. Ich glaube, wir alle wissen aus eigenem Erfahren, wie wichtig Familie als sozialer Rückhalt ist, um in einer Gesellschaft Fuß fassen zu können. Die Union hat noch im Wahlkampf plakatiert, mehr Respekt vor Familien. Warum soll das eigentlich nur für deutsche Familien gelten? Sie, die Jusos, haben sich ja klar positioniert gegen die GroKo. Gibt es eigentlich überhaupt die Möglichkeit oder irgendetwas, was Sie bewegen könnte, am Ende doch zuzustimmen oder zu sagen, wir müssen es machen? Natürlich werden wir auch als Jusos die Ergebnisse der Sondierung miteinander und in unseren Gremien beraten. Und werden dort überlegen, wie wir uns dazu verhalten. Weshalb ich wenig Fantasie habe, mir vorzustellen, dass wir am Ende zustimmen, ist, dass unsere Argumente gegen die GroKo ja auch unabhängig von den Sondierungsergebnissen Bestand haben. Wir haben gesagt, die GroKo hat minus 14 Prozentpunkte bekommen bei der Wahl. Das war eine ziemlich deutliche Abwahl. Wir möchten auch nicht, dass die AfD stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag wird. Und vor allem nehmen wir den Bundesparteitagsbeschluss der SPD ernst. Diese Gespräche sind ergebnisoffen. Und das heißt, dass wir zum Beispiel auch über eine Minderheitsregierung reden. Ganz kurze Einschätzung der Basis. Was glauben Sie, sind die eher auf Ihrer Seite? Oder gibt es doch Aufweichungstendenzen, dass man sagt, naja, vielleicht machen wir es eben doch aus staatspolitischer Verantwortung? Wir erfahren enorme Unterstützung, vor allem aus Kreisen der aktiven Parteibasis der SPD. Ich kann Telefonbücher mit Zuschriften ausdrucken von Leuten, die uns bestärken, diesen Kurs beizubehalten. Und daraus ziehen wir auch viel Kraft für die nächsten Tage und Wochen. Dankeschön. Kevin Kühnert war das, der Juso-Chef. Und ja, das deutet doch darauf hin, dass der Parteitag, auf dem die SPD das entscheiden wird, ob sie Koalitionsgespräche eingeht, nicht ganz einfach wird. Ja, die Skepsis war hörbar. Das auf jeden Fall. Dankeschön, Christiane Mayer. Grüße nach Berlin. Vielen Dank.